Was hat die Rita gesucht? Also, es wurde die Rita gesucht. Und ich hatte nach dem Abitur bis zum Beginn des Studiums in der Dresdner Galerie so Hilfsdienste gemacht, unter anderem Luftfeuchtigkeit und Temperatur abgelesen in so einer Tabelle. Und da sprach mich eine Frau an, eine Fotografin, die für die Sibylle Fotos machte und sagte, ach, würden Sie sich mal vor dieses Foto von Anton Graf Porträt einer alten Dame stellen? Das war eine alte, schöne Frau mit weißem Haar und einem weißen Gesicht. Und ich stand links davor und guckte mit meinen 18 Jahren in die Welt mit großen, runden, staunenden Augen, Babyspeck und wirkte nicht wie 18. Das war so ein schöner Kontrast. So, dieses Foto war ganzseitig in der Sibylle. Das ist eine lange Geschichte. Conny Wolf suchte eine Rita und Christel Bodenstein blätterte in der Sibylle und sagte, guck mal, so könnte sie doch aussehen. Und Conny Wolf sagte, wer ist denn das? Hm, wissen wir nicht. Eine Fotografin steht hier, Sibylle Bergmann. Mhm. Sibylle Bergmann wurde gefragt. Sibylle Bergmann sagte, weiß ich nicht, die war in der Dresdner Galerie. Äh, ich hab die angesprochen, das war eine Sache von wenigen Minuten. Hm, Dresdner Galerie. Wer ist denn das? Oh, das war bei uns eine Aushilfe, die hat sich nach dem Abitur ein bisschen Geld verdient. Ja, die muss doch mal ein Geld gekriegt haben oder es muss doch eine Adresse geben oder so was muss es doch geben. Ja. Und so sind die auf mich gekommen und waren erstaunt, dass ich Schauspielschülerin war. Das wussten sie ja gar nicht. Er war auch bereit, mit einer Laien zu arbeiten. Und so wurde ich dann, kam er in die Schauspielschule und dann kam der Direktor zu mir und hat gesagt, hier, das ist Conrad Wolf und der möchte mit Ihnen Probeaufnahmen machen. Der möchte mit dir Probeaufnahmen machen. Das war's. Das ist die Geschichte. Und Christel Bodenstein ist schuld. Die hat gesagt, guck mal.